Ja, Momo Leute, euer Seeroye und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon SoulSilver in der Random Nasslock. Und ja, Freunde, es tut mir leid, gestern in der Hälfte des Videos war mein Sound, also nicht der Sound des Spiels, sondern ich selber war weg. Das liegt daran, dass wenn ich meine E-Mail-Adresse eingebe, ich diesen Knopf hier drücke, jetzt hört ihr schon was. Also, ich habe einen Shortcut drin, mit dem ich mein Mikrofon stumm schalten kann, für den Fall, wenn ich in der Aufnahme niese, huste, am Krepieren bin. Dann schalte ich kurz mein Headset aus, da schalte ich schon mein Mikrofon aus. Und ja, leider war es auch der Knopf, mit dem man das Ad-Zeichen schreibt. So, gut. Haben wir Zerschneider schon gelernt? Ja, wir haben Zerschneider gelernt, perfekt. Genau, das war unser Mike, ne? Genau, der Mike, der noch nichts drauf hat. Aber eines Tages, mein Freund, machst du sie alle platt. Was ich ja noch weiß, ist, dass hier... Ich habe dich gerade schon weggemacht, du Arsch. Da kommt einfach das Ding wieder. Dass da unten noch Trainer waren. Wir gehen auf jeden Fall zu den Trainern, wir brauchen die Level jetzt ganz, ganz dringend. Weil wir ein paar unterlevelte Pokémon haben. Und ich hoffe, dass wir ein paar richtig starke Pokémon jetzt kommen. Das ist schon mal gut. Ein Groink, das kann mir nichts tun. Ich ihm aber. Und es gibt Erfahrung am Ende. Ich hoffe, es kann mir nichts tun. Explosion kann es höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn, hat mein Snox ja die Fähigkeit, dass man ihn nicht one-hitten kann. Oh, das ist nicht so effektiv. Das tut mir aber leid, Mr. Groink. Äh, Groink. Hoppla. So. Ich muss dazu sagen, ich hatte mal einen Groink selber im Team. Da hatte ich, glaube ich, die Schwarz-Weiß gespielt. Da hatte ich Groink im Team. Fand ich jetzt nicht so cool. Ist auch ein Pokémon, das sieht man sehr selten, muss man dazu sagen. So ein Groink. Habt ihr jemals irgendwo einen Groink gesehen? Nicht mal bei einem Trainer sehe ich einen Groink. Naja. 281 EP. Level 11. Snox. Es dauert noch eine Weile, bis du 16 bist. Aber, naja. Höchstwahrscheinlich werden wir bei dem nächsten Arena-Leiter ihn auf 16 haben. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Der nächste Arena-Leiter war, glaube ich, Geist. Äh, Laurin, ne? Ich glaube, Laurin ist... Ah, wir brauchen dafür auch eine Unlicht-Attacke, ne? Oh, ne, Unlicht-Attacke bringt uns Laurin nichts. Aber Dave! Dave hat doch bestimmt irgendwas. Ah, wir brauchen eine Unlicht-Attacke. Mit einem unserer beiden Normal-Pokémon brauchen wir eine Unlicht-Attacke. Dann läuft das. Dann lübt das. Aber versuchen wir erstmal noch ein paar Level aufzuholen, indem wir einfach mal hier runtergehen. Okay. Den hatten wir gestern schon, aber gut. Wir wechseln mal, wir wechseln mal. Schad, du machst das. Leute, stellt euch auf einen sehr langweiligen Kampf ein. Oh, 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 oh. Warum? Wenn der mein Snogs jetzt töte, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Der Typ hat einfach mal Wegsperre. Er setzt die ganze Zeit Eisenabwehr ein. Kannst du das bitte lassen? Bitte. Ich hab nur noch 10 Magnetbomben. Was war nochmal Rückentzug? Äh, kann ich tauschen? Nein. Naja, gut. Ähm. Einwetter versperrt den Fluchtweg des Gegners. Ach, das hat er gemacht, oder was? Hat er das gemacht? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Er ist auf jeden Fall Gestein und Stahl. Weißt du, und... Ja, er kämpft bereits, ich weiß. Und wenn ich gleich keine Magnetbomben mehr habe, dann muss ich Take-A-Line setzen. No, ho, ho. Ja, ich konnte schon vorher nicht fliehen, Alter. Ne, der muss die Wegsperre haben. Der muss als Fähigkeit die Wegsperre haben. Der Kampf ist einfach verblüffend, nicht wahr? Ja, gut. Wie geht's euch denn heute so? Was habt ihr heute so Schönes gemacht? Gestern war ja richtig gutes Wetter. Ich war am Strand. Habe mir quasi Sonne auf dem Pelz erscheinen lassen. Bin nach Hause gegangen. Habe dann noch ein bisschen League of Legends gezockt mit King Julian. Und ja. Dann habe ich eine Wette mit ihm abgeschlossen, dass ich bei einem Spiel besser bin als er. Und ich bin jetzt besser als er. Also, er weiß es noch nicht. Aber er wird sich heute, wenn er diese Folge sieht, auf jeden Fall aufregen. Aha. So. Er hat mir auch schon geschrieben, dass die TS kommen soll. Höchstwahrscheinlich zum Vergleichen. Mein Freund, wenn du diese Folge siehst, ich habe knapp 10 Billionen Engel. Okay, euch anderen sagt das jetzt nichts, aber ich wollte ihm das nur mal ins Gesicht sagen. King Julian, ihr habt dich abgezogen. Und den Typen auch. Endlich. So. Dann können wir uns auch jetzt den Pokéball schnappen. Paraheiler gefunden. Ja, kann man gebrochen. Aber ich möchte jetzt euch was Geiles zeigen. Ähm, damals Hauptjahr weg war, konnte ich es gar nicht erzählen. Wir haben Milchgetränk. Mit Milchgetränk können wir einfach mal Stoxx heilen. Wieso verliert Dave HP? Okay. Können wir Milchgetränk damit töten? Oder würde es dann einfach nur nicht funktionieren? Ein Noctu. Mache ich dich jetzt kaputt? Aber auf alle Fälle. Ich habe zwar nur noch drei Magnetbomben, aber egal. So. Ich muss mein Tablet mal hier hinstellen, damit ich das zwischenzeitlich mal weiterspielen kann. Ich spiele übrigens, äh, wie ist das nochmal? Ad Adventures? App Adventures? Tab Adventures? Nee, gar nicht. Das war gar nicht. Das war... Warte, Moment. Ich muss kurz gucken. Ich muss kurz gucken. Das ganze Ding heißt AdCap. AdCapitalist. Genau. So hieß das. Und damit mache ich ihn jetzt richtig fertig, den kleinen Julian. So. Boom. Ha. So. Wie hat das keinen Schaden gemacht? Wieso setze ich es denn nochmal ein? Okay. Warum macht das so wenig Schaden? Hat der so eine gute Verteidigung, der Typ? Das glaube ich nicht. Nee, 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 nee. Was ist das? Okay. Dave, komm. Dann walzen wir ihn halt tot. Haben wir Walzer? Kannst du auch was anderes machen, außer mich anzugucken? So, Dave. Du hast zwar keinen Walzer, aber du hast Stampfer. Ich habe eigentlich gedacht, dass Milchgetränk alle Pokémon einfach heilt und ich verliere dadurch die AP. Aber dass Dave dadurch Leben verliert? Naja. Guckt euch alles an, wie stark Stampfer ist. Ist ja pervers. Schreck zurück. Ist so eine geile Attacke. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein starkes, starkes Pokémon mit Miltang an unserer Seite. Und Snogs erhält wieder mal ein paar EP. Erreicht Level 12. Dave auch. Ach du Scheiße. Dave zu leveln wird richtig schwer. Habt ihr das gerade gesehen? 130 EP haben ihn gerade mal irgendwie so ein Fünftel gegeben oder so. Willst du kämpfen? Welche Art von Pokéball verwendest du? Alle, mein Freund. Ich habe Schiezan. Diese Musik von Pokémon ist so ansteckend. So. Wir haben gemerkt, dass eigentlich eine Magnetbombe nicht so stark ist gegen Vogel, oder? Ich kotze gleich, ey. Kann man bitte nicht diese Attacke einfach aus dem Spiel entfernen? Ich hasse sie. Ich habe sie immer gehasst. Ich habe sie damals in der ersten Edition gehasst. In der zweiten Edition habe ich sie gehasst. Ich habe sie immer gehasst. Weil die ganzen niedrigen Level-Pokémon haben immer diesen Scheiß eingesetzt. Guckt es euch an! Und dann trifft man nicht, weißt du? Und dann trifft man nicht! Nö! Sehe ich nicht ein. Ich stampfe dich tot, Taubsy. Ich stampfe dich tot! Guckt euch Dave an, Alter. Guckt euch wieder mit so einem billigen Windstoß. Theoretisch kann ich mich aber mit Milchgetränk auch selber heilen, ne? Das heißt, ich kann es quasi außerhalb des Kampfes einsetzen und innerhalb des Kampfes kann ich mich damit heilen. Es ergibt alles einen Sinn. Und wir kriegen so wenig Erfahrung. Okay, pass auf. Wir testen es einfach mal. Ich meine, wie pervers muss man eigentlich sein, dass man seine eigene Milch trinkt? So. Stampfe an, mein Freund. Das ist... Das Pokémon ist einfach OP. Milchhang ist einfach OP. Guckt es euch an! Das Ding ist nicht tot zu kriegen. Und selbst wenn ich irgendwie die Hälfte an Leben habe, dann ziehe ich mir einfach meine eigene Milch rein. Ganz einfach. Ich hoffe, das war nicht zu laut, als ich auf den Tisch gehauen habe. Ich habe nicht gemerkt, dass wenn ich auf den Tisch haue, äh, man es deutlich hört. Ja. So. Ach du... Das wird lange dauern, den auf 16 zu kriegen. Ach du Scheiße. Aber dafür ist er auch stark, ne? So, haben wir noch irgendjemanden hier, der rumgammelt? Ne, aber ein Pokéball. TM66, Gegenstoß. Ist leider nicht undlicht, ne? Wir müssen jemandem eine Unlichtattacke beibringen. Gegenstoß. Gegenstoß ein Pokémon beibringen? Ja. Laurin könnte das lernen. Gegenstoß ist undlicht. Holy shit. Kann an, wenn er diese Attacke nach einer Attacke eines gegnerischen Pokémon ausführen, wird die Kraft verdoppelt. Dafür werden wir mal die Anziehung los. Perfekt. Wir haben eine Unlichtattacke gegen die Geist-Pokémon des nächsten Arena-Leiters. Wir haben ein Normal-Pokémon, das heißt, er kann uns eigentlich gar nichts. Ist er denn, er setzt Unlichtattacken ein. Oder Psycho-Attacken. Oder Fluch. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ein Gardevoir. Uhar. Uhar. Habe ich gestern beim Training auch gesehen. Fährte besitzt du, ja? Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja keine... Oh. Ja, muss ich... Oh. Nee. Nee, komm. Kann ich das machen? Würde es funktionieren? Nein. Ich wusste es. Ich habe mich erinnert, was das Gardevoir gestern getan hat. Und es hat einfach Teleport eingesetzt. Das ist... Das ist gemein. Gardevoir gibt so viel EP, weißt du, und dann verschwindet es einfach. Okay, an dieser Stelle werde ich das Pokémon nicht wechseln. Ich glaube, Smogmog beherrscht eine Explosionsattacke. Kann jedes verdammte Pokémon so eine Attacke, oder was? Freunde, das nächste Mal, wenn ich ein Pokémon-Spiel spiele, ich schwöre es euch, ich hack mich in das Spiel rein und entferne alle Attacken, die die Genauigkeit verringern. Das ist doch kacke, ist das. Ja, natürlich hat das keinen Sinn. Mach da eine Explosion, oder was weiß ich, was du hast. Komm, explodiere. Explodiere. Und ich wette, wenn ich das Pokémon wechsle, dann explodiert er und dann ist alles tot. Warum? Lass mich doch in Ruhe. Aber ich treffe noch. Ach Gott. So, Stocks, warte, warte. Angriff von 20, Verteidigung von 41, Spezialangriff. Wir brauchen Spezialattacken. Alter, was für eine Resistenz habe ich denn? 41 von beidem. Und holy shit, bin ich arsch, langsam. Dafür ist der Angriff beim Wildhang sehr hoch. Schützt vor Hitze und Kälte. Nice. Na komm, explodier's, Mockmock. Explodier und nimm mir eins meiner wichtigsten Pokémon. Komm, tu es. Naja, okay. Stoppfer. Jawohl, Freunde, dieses Pokémon, das ist einfach, wer auch immer dieses Pokémon entwickelt hat, der muss echt auf Kühe stehen, weil der hat sie so OP gemacht, das ist unglaublich. Holy shit. Ah, jetzt kommt er mit seiner Rauchvulkan. Ist aber zu spät, Kollege. Du bist nämlich tot. Oder, auch nicht. Oh mein, lass es doch, bitte. Bitte lass es. Danke. Ob ich das hasse. Immer noch nicht, Level 13. Naja, was soll's. Okay, zwei Schritte gelaufen. Cool. Was kommt? Ein Tauboga. Na, jetzt hätte ich mir ein bisschen Abwechslung gewünscht. Leider muss ich das Pokémon wieder wechseln, weil wir keine AP mehr haben. Das ist alles nur, weil wir dieses komische Nasviech getroffen haben. Der Nasenstein, was er sich wieder heißt. Den, den Typ, den ich auch habe. Er hat mir einfach alles geklaut. Alle meine Attacken. So, pass auf. Tauboga setzt Sandwürmlein. Ich weiß es doch. Komm, tu es für mich. Tu es. Danke. Danke, dass du getroffen hast, Dave. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist einer der besten Pokémon. Jetzt schon, mit Level 13. Okay, wir müssen auf jeden Fall zurück. Wieso steige ich nicht aufs Fahrrad? Ich glaube, wir kommen nicht Leben zurück. Holy shit. Ein Bisa Floor. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Kannst du etwa auch Sandwirbel? Ich glaube, jeder kann Sandwirbel. Gefühlt jeder. Na gut, Bisa Floor kann es nicht. Kann Bisa Floor eine Attacke, die verhindert, dass ich treffe? Also es hat auf jeden Fall Stachelspore und so ganzen Kram, weißt du? Aber ist jetzt halb so wild. Was? Du hast mir wehgetan? Pff. Das Pokémon ist einfach... Guckt es euch an! Man kann Dave nicht töten. Es ist unmöglich, ihn zu töten. Es sei denn, man heult ihn tausendmal an und macht da natürlich keinen Schaden mehr. Vor allem, ich habe nur Eingegler und Heuler. Na komm, ich stampfe wenigstens fünfmal. Aber es wird nicht reichen. Wieso hat Bisa Floor keine anderen Attacken? Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, wenn man entwickelte Pokéboden bei diesem Spieltyp bekommt. Die haben einfach keine guten Attacken. Es bringt ja nichts, ein starkes Pokémon zu haben, das keine Attacken hat. Man siehe, Deoxys, also unser Mike, der ist richtig Hammerhardt stark. Hat aber keine Attacken. Es ist ein bisschen traurig, aber so ist das Leben. Und Nachtnebel bringt uns nicht viel. Ha! Hat genau gereicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber langsam mal zum Pokémon Center. Ah, ich habe es geschafft. Erstmal heilen, ne? Vor allem, wir haben für diese kleine Strecke haben wir knapp 18 Minuten gebraucht. Ich glaube, das wird noch ein sehr, sehr langes Projekt, Leute. So. Erstmal meine neuen Pokémon heilen. Hier, komm. Nimm mit. vor allem, die Musik hat sich einfach kaum geändert. Klar, sie ist qualitätisch, qualitatisch? Qualitätsmäßig besser geworden, aber die Musik ist an sich gleich geblieben im Pokémon Center. Das finde ich ganz cool. so. Dum, 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 dum. So. Dann wollen wir uns mal zur nächsten Arena begeben. Ich meine, es ist eigentlich nur eine verdammt kleine Strecke und wir müssen einen Mogelbaum töten. Ach, Arctos. Dich treffe ich in letzter Zeit des Öfteren, habe ich gemerkt. So. Äh. Es ist Flugeis, soweit ich weiß. Da muss doch Magnetbombe übelst den Schaden verursachen. Und sein Pulverschnee kommt doch sowieso nicht weit. Komm, übelst der Schaden. Gebt mir den übelst den Schaden. Ich will es sehen. Ich will ihn sehen. Hält sich doch in Grenzen. Reicht aber vollkommen aus. Weißnebel bringt ihm eigentlich nichts. Das gibt dann einfach nur seine Statuseffekte wieder. Das heißt, wenn ich ihm Heule eingesetzt habe oder so, dann entfernt sich das wieder von alleine. Von daher eigentlich recht nützlich am Anfang. Weißnebel und so ein Kram. Es gibt ja mehrere Attacken, die so ähnlich sind, die quasi den Status wiederherstellen. Gerade am Anfang, wenn jedes verdammte Pokémon Sandwürbler Sandwürbler beherrscht, dann braucht man sowas. Aber dann niemand, niemand lernt sowas dann um die Zeit. Das ist das große Problem. Aber jetzt, Wirbelwind wäre jetzt geil gewesen. Jetzt, ja, Wirbelwind wäre geil gewesen. Aber er ist tot. Und er gibt mir die Erfahrung, die ich unbedingt brauche, um irgendwie voranzukommen. Vor allem, wir sind jetzt beschäftigt mit Snogs und Dave zu pushen, sodass wir theoretisch beim Arena-Leiter nicht wirklich weiter sind als Level 17. Und wir werden da wieder Pokémon verlieren. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und höchstwahrscheinlich wird es unser Enecoro sein. Okay, auf dem Fahrrad werden wir auf jeden Fall öfters Pokémon treffen, habe ich so ein Ungefühl. Ach, Tobutz. Sehr schön. Noch mehr Erfahrung für mich. Das freut mich doch. Ich weiß aber nicht, was du für ein Typ tust. Du bist Psycho. Bist du rein Psycho? Ich glaube, rein Psycho war der Typ. Erholung. Och Gott, nein. Jetzt kommen wir nicht mit dem Scheiß. Wieso habe ich meinen Krawumms nicht mehr? Mit Krawumms hätte ich gesagt, okay, kein Problem. Ich mache einfach Aufruhr. Und dann kann er mich mal. Ich hasse sowas, ne? Es gibt nichts Schlimmeres als legendäre Pokémon, die Erholung können. Wer hat sich denn bitte sehr gedacht, ey komm, wir machen ein legendäres Pokémon und geben denen verdammt auch mal Erholung. Weißt du, die sind sowieso schon so schwer zu fangen. Nein. Die geben ihm noch eine Fähigkeit, die einfach mal alle Statuseffekte wiederherstellt. Das ganze Leben wiederherstellt. Und dann muss man erstmal dafür sorgen, dass er wieder in den roten Bereich an Leben kommt, damit man ihn fangen kann. Tja, ich habe genau drei Attacken gebraucht, Turmutz. Hast du mich gehabt? Sehr schön. Und wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, ist hier ein Mogelbaum. Ist doch hier, gleich da hinten ist Mogelbaum. Und den werden wir quasi begießen. und dann haben wir den Zugang zur zweiten Stadt, wo wir waren. Oder dritten Stadt, dritten Stadt. Also wenn wir hier die Kurve hochgegangen sind, bei den ganzen Trainern, wo wir auch einmal unser erstes Pokémon verloren haben, an Ratzfratz, und dann links gegangen sind, da war ja, ich weiß nicht, Viola City war das, glaube ich. Viola City. Irgendwie so ähnlich. Tangela Level 17. Mal gucken, ob wir dich platt machen können mit Snox. Müsste theoretisch möglich sein. Ist ein bisschen blöd, dass da nur Magnetbombe herrscht. Ja gut, wir wechseln das Pokémon. So Dave, du wirst das schon schaffen. Dave, ich glaube an dich und deine Macht. Ja, dass da sein Spezialangriff steigt, das ist ein bisschen blöd. Uh, Giftpuder. Alter Schwede. Wäre ich eigentlich auch irgendwie Attacken, das Tangela? Ach, Absorber. Ach, deswegen machst du deinen Spezialangriff hoch, Kollege. Uh, ja, es hat auch funktioniert. Wäufst du, was? Das Spiel, das spiele ich nicht mit. Das mache ich nicht mit, mein Freund. Du willst mir auf meine Fuße treten? Ich trete die auf deine Fuße. Ich hasse dich jetzt schon, ey. Komm. Wach einfach auf. Wir lassen ihn erst mal seinen Absorber einsetzen. Es wird uns schon nicht stören. Nein. Alles gut. Gut. Denn mit Glut werden wir ihn ziemlich töten. Habe ich da ein Unendlichkeitszeichen auf dem Hinterkopf? Tatsächlich. Das Unendliche, wie hieß du doch mal? Egal, ich sag einfach Schad. Komm, wach auf. Schad. Komm, tu mir den gefallen. Also wenn ich jetzt an Absorber sterbe, dann ist das schon ein bisschen peinlich. nicht. Also Schad. Komm. Der wird nicht mehr aufwachen, Leute. Der würde einfach nicht mehr aufwachen. Heute haben wir sehr viele spannende Kämpfe hinter uns, muss ich sagen. Ah, ist aufgewacht. Der Tag der spannenden Kämpfe, alter Schwede. Ah. Snogs hat endlich XP bekommen. Aber Schad hat gewonnen, meine ich damit. So. Ähm. Ich, nein, 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 ich will nicht, nein, nein. Kannst klicken. Mach ich nicht, nö. Nein. Alter, wie lange labert er für meine Nummer? Oh, nun, ich dachte, ein Anruf wäre eine willkommene, keine Ahnung. So, da haben wir das Mogelbaum, dann können wir da nach rechts halt zur alten City, wo wir waren, Viola City, und nach oben zu irgendeiner anderen City, die Geiststadt, wo ich in der Nähe immer meine, äh, legendären Hunde-Pokémon da gefangen habe. Hier war ich schon Rhaekun, hast du nicht gesehen. Da hab ich die mal gefangen. Also ich war immer unten im Busch und bin immer hoch in die Stadt, runter zum Busch. Hoch in die Stadt, runter zum Busch, bis die halt an der Stelle waren. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Und ich würde sagen, äh, mit diesen, ja, Worten verabschiede ich mich auf jeden Fall von der Folge. Wir sehen uns morgen wieder, wenn's tatsächlich schon Richtung Arena-Leiter geht. Ihr müsst euch mal vorstellen, diese kleine Distanz, die wir gerade zurückgelegt haben. Oh. Und dann sehen wir uns beim Pokémon-Kampf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.